Hallo liebe Kunden, willkommen beim Video der Firma August Ring. Mein Name ist Peter Behlau und ich zeige euch heute eine Weltneuheit von Festo, den Rutscher, Exzenterschleifer oder Deltaschleifer. Und das Besondere bei dieser Weltneuheit ist die Kombination aus Akku oder Netzbetrieb. Das ist ganz von Vorteil, wenn ich unterwegs bin beim Kunden und möchte da meine Arbeiten verrichten, dann gehe ich mit dem Akku los, arbeite damit und in der Werkstatt oder sogar, wenn Strom möglich ist, kann ich vor Ort beim Kunden mit dem Netzteil arbeiten. Das Tolle ist jetzt, wir haben das Netzteil mit dem Anschluss Plug-It, wie wir es von den Festo-Geräten üblicherweise alle kennen, stecken das ein und können dann über Strom unsere Arbeiten weiterverrichten. Das ganze Gerät ist dann mit dem zweiten Akku versehen. Wir haben das Ladegerät und wir haben den besonderen Systemer. Der Systemer, der in der großen Ausführung geliefert wird mit der Schublade. Hier haben wir dann die ganzen Kleinteile drin, Plug-It Kabel, Akkus, Netzteil und das Ladegerät oben üblicherweise weitergebracht. Was der Schleifer noch besonders hat, wenn wir natürlich mit Akkus arbeiten, dann sollte der Absaug-Effekt über diesen Filter hier ganz gut sein. Dafür haben wir natürlich auch gesorgt bei Festo, dass der einwandfrei funktioniert. Wir haben hier mal demonstriert, wie die Absaugung dann auch erfolgen kann, weil wenn ein Staubsauger vorhanden ist, hat man auch Strom und wenn aber der Staubsauger dann nicht seine Leistung erfüllen kann, dann geht das auch sehr gut mit diesem Filter-Element. Ergonomie dieses Schleifers ist sehr gut. Wir haben ein Gesamtgewicht von 1,4 Kilo mit Akku. Akku ist 18 Volt, 3,1 Ampere und wir sind mit dem E-Tech-Motor wieder sehr gut ausgestattet, sodass wir hier auch eine gute Motortechnik haben von Festo. Dann wird das Ganze eben geliefert, hier wie schon gerade gesagt, als Exzenter mit 150 mm Durchmesser, als Delta-Schleifer oder den hier gezeigten Rutscher mit der Größe 80x130 mm. Ja, dann weiterhin sind dabei Protektoren, die davor schützen, dass wir die Kanten nicht anfahren und umsonst schleifen. Ja, und soweit ist das ein wunderbares neues Gerät, was als Weltneuheit jetzt erstmalig präsentiert wird und wir hoffen auf Ihre Anfragen und wünschen weiterhin alles gut.